Über die Agenturen kam gerade die Eilmeldung, dass das Ergebnis des Stresstests in den USA raus ist. Wir wollen jetzt in der Redaktion mal rumfragen, ob die Kollegen überhaupt wissen, was der Stresstest ist, unter Stress natürlich. Stresstest ist, wenn meine Freundin mich anruft. Was ist der Stresstest? Der Stresstest sind Tore in der 90. Minute mit Verlängerung. Was ist der Stresstest? Bei mir jetzt gerade nicht, nee, Stress ist weg. Was ist der Stresstest? Das ist bei Scientology, wenn man eine Dose in die Hand gedrückt bekommt und dann, wenn man, keine Ahnung, man kriegt immer gesagt, dass man gestresst ist. Sehr lustig, sollte man auf jeden Fall mitmachen. Der Härtetest? Was ist der Stresstest? Der Stresstest ist ein Tag weltkompakt produzieren mit einem Rudel Volontäre. Toto? Ja? Was ist der Stresstest? Stress? 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 Also bei einem Stresstest nimmt man alle Zahlen, die eine Bank so hat, aus der Bilanz, aus der Buchhaltung, aus Handelsbüchern etc. Packt ihn in ein großes Modell und jagt darüber die schlimmsten Ereignisse, die so passieren könnten in der Wirtschaft. Also Rezession verschlimmert sich, ganz schlimme Inflation etc. Und rechnet aus, was würde mit der Bank passieren, wenn sie eben diesem Stress ausgesetzt würde. Nämlich, dass die Wirtschaft total zusammenbricht. Und dann guckt man, wäre die Bank dann pleite oder nicht.